ich werde heute aus ein geschriebenen skript lesen ich fand das hat mir zur atmosphäre gepasst ich weiß aber nicht ob ich dadurch auch gut augenkontakt halten kann aber ich hoffe dass es okay healthy gamer gg einen wunderschönen guten morgen meine damen und herren es ist gerade eben zehn uhr und ich nehme auf dass aber auch diese eher nicht so gute belichtung aber ich finde in bezug zum thema ist das auch ganz okay der ein oder andere weiß dass ich ein großer fan von selbstverbesserungen bin und dass ich seit jahren mit motivation glücklichkeit zwackle ich finde immer wieder kurze phasen motivation euphorie und schaffe es meist nicht besagt es länger als vier bis fünf tage hast recht nicht die 21 tage markt zu halten ich bin noch seit zwei wochen daran ein vlogartiges format aufzunehmen das mich genau mit diesem struggle dokumentiert und bis jetzt bin ich miserabel daran gescheitert meine ziele zu erfüllen normalerweise würde ich an diesem punkt das video material löschen mich in selbsttasche wägen und meinen frust an typische suchtmittel wie zum beispiel videospiele auslassen diesmal aber nicht etwas hat sich in meiner selbstentschätzung geändert und das habe ich dr k und seinem team healthy gamer gg zu verdanken ich würde heute morgen bei meinem zweiten café gerne etwas über ihn sagen und wie er mir geholfen hat mir selbst zu verzeihen für dieses bit müsst ihr euch jetzt leider alles antun das tut mir leid dr k auch alo caniola genannt weil seine jugend genauso ein holzkopf wie viele da draußen und ich er wäre fast aus dem college geschmissen worden hatte probleme damit eine beziehung zu finden und verbrachte seine zeit fast ausschließlich mit zocken eines tages entschloss er sich nach ashram in indien zu gehen um eine spirituelle und religiöse lehre aufzunehmen dies hat er jeden sommer während seines colleges und studiums gemacht nach seinem mage in biologie erlangte er sogar eine facharzt ausbildung in harvard und hier kommen wir zur gegenwart seit 2018 eröffnete dr k sein twitch kanal healthy gamer gg was anfangs nur eine schnittstelle war für computerspiel abhängige entpuppte sich als generelles coaching als zuschauer ihre probleme schildern egal ob depression produktivitätsprobleme oder sogar wie man mit waifus umgeht und das ist tatsächlich in diesem falle kein scherz das gibt es wirklich und das video war verhältnismäßig interessant ich würde es leuten empfehlen mal anzuschauen wenn sie wollen aber zurück zum thema nach und nach kommen auch streamer auf sein twitch kanal vor und so wuchs auf 325 000 abonnenten so ich habe viele selbstverbesserungs coaches gesehen und eine art wie dr k raussticht ist seine mixtur aus westlicher wissenschaft und östlicher spiritualität er nimmt häufig lehren wie kondolini und beweist manche teile mit erkenntnissen und logik aus der aktuellen wissenschaft leider muss man auch sagen dass viel vielleicht 90 prozent aller techniken und modelle nicht wissenschaftlich bewiesen worden sind als beispiel weiß man zwar dass meditation gut für einen ist man weiß aber nicht welche form für meditation welche vor und nachteile besitzt hier muss man einfach auf den rat von dr k hören und ausprobieren so habe ich das gemacht und es hat für mich verhältnismäßig gut geklappt auch sind gedankengänge in den interviews sehr lehrreich häufig sieht man personen in den videos mit deren probleme man sich identifizieren kann und die erkenntnis teilen darf da habe ich auch ein beispiel genau das problem der produktivität welches ich vorher angesprochen habe das ist viel schichtlicher so würde ich gerne eine ebene daraus ansprechen der interviewpartner sagt aus dass es ihm sehr peinlich ist zu versagen aber auch nur kleine erfolge hat er runtergeredet wenn er sein nicht viel zu hohen ansprüchen gerecht wurde dies führte zu einer spirale der selbstmissachtung nun stellt sich die frage wieso er seine erfolge runterredet er stellt sich heraus es ist ein ego problem er dachte dass er besser ist als sich selbst und dieses ego hat er befriedigt indem er große pläne schmiedete nur um am ende trostloser zu sein wenn sein ego nicht fertig gemacht hat für das versagen es ist menschen peinlich zu versagen und dies ist eine gute schutzhülle mit diesem problem habe ich mich identifizieren können und seitdem halte ich immer inne wenn ich mein ego und dessen gefühle bemerke deswegen plane ich seit ein paar tagen aus dem erfolgsvlog ein versagensvlog zu machen und meine größten und peinlichen fuck ups aufzunehmen ein großer teil seiner lehre ist motivation und yoga er geht darauf ein welches problem was hilft und wie man generell damit umzugehen hat früher habe ich mich hingesetzt einen timer angemacht und mucke laufen lassen aber heute kann ich viel definierter damit umgehen durch den tipps von dr k zum beispiel hat er ausgesagt dass ein timer gar nicht notwendig ist und der eigene verstand auf seine eigene dauer auch kommen kann meist ist das sogar besser dadurch habe ich häufiger meine 10 minuten meditation abschließen können als früher wenn jemand von euch sein content anhören möchte empfehle ich einen von zwei pfaden entweder schaut euch das webinar an oder schaut euch ein interview von einer person an die ihr kennt oder mögt ich glaube diese wege sind unterhalten und gleichzeitig informativ so das war es für heute das ist ein verhältnismäßig kurzes video gewesen ich würde auch gerne mehr darüber aussagen aber ich glaube da gibt es viel was nicht so interessantes für menschen als recht in einem eigentlich nur preisenden video ich hoffe dass solche content ab und zu auch okay ist ich empfinde gegenüber dr k sehr viel dankbarkeit und ich musste sie einfach loswerden dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten tag noch und passt auf euch auf ciao ciao